Der 31-Jährige Der 31-Jährige H3-Klassgleich Koss hier ja Ding Na, klingelt's langsam, H3 Film Freaks dürften es schon erkannt haben, es ist Schia LaWolf Der Schauspieler arbeitet derzeit an einem Film namens, Honey Boy, über seine Kindheit, und spielt darin seinen Vater Jeffrey Craig LaWolf, 63, der in den 80ern wegen versuchter Vergewaltigung im Gefängnis saß. Lukas Hedges, 20, Grand Budapest Hotel, für den jungen Schia-Meme Strom der Film thematisiert, wie der junge Schauspieler unter seinem Vater leidet. Honey Boy, ist der Spitzname, denn LaWolfs Vater im Gab-Strom? M. hoffentlich hilft ihm das Projekt dabei, sich mit seinen Problemen auseinanderzusetzen e.m. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020